Aber nein, ich hab nur ne halbe gekocht jetzt. Ne ganze trinke ich jetzt nicht mehr. So. Los geht's. Wie geht's? Wie steht's? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Channel bei BB Games 16. Wir machen heute wieder den krassesten Content aller Zeiten, ja. Ihr seht im Hintergrund den Ideas und wir werden heute Dr. Oetker und die geilsten Monster alle hier abrichten. Dr. Oetker, abrichten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ideas, Vorsicht! Ich geb mein Bestes! Wir sehen auf, ist alles drauf. Gib alles! Kämpf dich frei! Oh Gott, das Monster verschwindet. Schaut euch das an! Hau ab, du Vogel! Das Monster verschwindet! Es hat den Elias, es frisst ihn auf. Okay. Boah! Dem Monster kann man nicht entkommen. Ich muss abhauen. Aber wenn es mich glaubt hätte, wäre ich auch tot gewesen. Man kann dem nicht entkommen. Okay. 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 Da ist er. Pass auf. Aber wie ihr seht, müsst ihr euch keine Gedanken um den Elias machen. Dem geht's gut. Der ist ins Krankenhaus gebracht worden. Und die haben ihn einfach wieder zusammengepflückt. Und falls ihr euch fragt, das Monster hatte acht Beine, weil es mit acht Beinen gegenseitig, also, naja, Sex hält's halt, ne? Das ist halt das Wichtige. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss! Elias? Was macht der Junge da? Frag mich nicht. Wir müssen immer die Wörter Sex unterbringen, weil Sex hält's in diesem hier. Ah, haben wir eben gemacht, da hatten wir so viele Aufrufe. Oh. Ich muss das immer unterbringen. Hallo. Gehe dich wieder. Hab mir mal eben ein Eis geschnappt. Ach so. Hatte Heißhunger auf dem Eis. Oh, ich hätte auch gern Eis. Was soll ich wieder sagen? Halt Hunger. Schwein. Ich hätte auch gern... Oh, Kalt Hunger. Ich hätte auch gern Eis. Ich steck da wieder drin mit meinem Fuß. Ah, okay. So, Video ist fertig. Ich hoffe, das geht viral. Wo ist denn der Elias? Ah, da hinten noch drin. Hier bin ich. Ja, Video geht viral jetzt. Hoffentlich. Dein Tod ist darauf zu sehen. Jo, Leute. Was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Channel bei BB Games 16. Wir machen heute wieder den krassisten Content aller Zeiten. Ja. Ihr seht im Hintergrund den Elias. Und wir werden heute Dr. Oetker und die geilsten Monster alle hier ablichten. Ich gebe mein Bestes. Wir sehen auf. Es ist auf. Gib alles. Kämpf dich frei. Oh Gott, das Monster verschwindet. Schaut euch das an. Schau ab, du Vogel. Das Monster verschwindet. Der Elias tut es in allen Leid. Es hat den Elias. Es frisst ihn auf. Okay. Aber wie ihr seht, müsst ihr euch keine Gedanken um den Elias machen. Dem geht es gut. Der ist ins Krankenhaus gebracht worden. Und die haben ihn einfach wieder zusammengepflückt. Und falls ihr euch fragt, das Monster hatte acht Beine, weil es mit acht Beinen gegenseitig, also naja, Sex hält es halt. Das ist halt das Wichtige. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Na immerhin 600. Ja, davon können wir uns das kaufen. Mikrofon. Ja, das machen wir. Aber erst mal müssen wir wieder schlafen. Das war wieder das Ding, was eigentlich losgelassen hat, ne? Das ist das Monster, das lässt sich nicht wieder los. Frechheit. Ja. Das ist ganz präsent. Wenn es dich hat, dann hat es dich einfach. Nur noch zwei Tage. Oh Gott, wir müssen jetzt echt wieder so ein virales Video kriegen, ne? Ja, wir müssen ganz viele Monster, wie mein letztes Mal, wir müssen Keywords haben. Ja. Du musst dein Onlyfans erzählen wieder. Äh, wehen wieder. Ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Mein Onlyfans ist steil. Ne? Steil. Mein Onlyfans ist steil und darauf gehen die Leute. Nein, das sagen wir jetzt nicht. Achso. Das ist so, wie der Typ hier. Haben wir den noch? Keines mehr? Gar nichts mehr? Gar keinen mehr? Gar keinen mehr? Zwei noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickt. Ja. Ja, ultramäßig gefickt werden die. Oh Gott. Ich hab neue Buttons. Elias? Ich hatte was in meinem Mund. Ein Eis. Äh, ich wollt grad sagen. Oh Gott. Jo, ich hab mich schnell gerettet, ne? Ich hab versucht so schnell wie möglich zu sagen. Sag das nochmal für die Zuschauer, bitte. Ja, wir müssen das alles mitnehmen. So, der Elias, was hatte er grad? Was hattest du gerade? Ich hatte grad was im Mund. Oh, der Elias hatte... Ein Eis. Er hatte kein Eis im Mund. Er hatte wieder ein Bein von diesem Monster im Mund. Ich sag's, wie es ist. Hm? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir gehen wieder in die Backrooms. Los geht's. Hm? Das wird ein wunderbares Video. Uh? Elias, was machen wir, wenn wir den Monster-Mann... Hier ist irgendwo schon der Monster-Mann. Ja, machen, machen. Ich hör ihn schon. Hier ist er irgendwo schon. Da! Oh! Elias, der Monster-Mann! Wer sind Sie denn? Du musst den in einem Baum haben mit mir. Äh, sagen Sie, haben Sie meinen Only-Fans schon gesehen? Ach, Scheiße. Hey, Monster. Ach, du Kacke. Haben Sie meinen Only-Fans? Film das. Oh, Gott. Sieh Sie, Herr As. Haben Sie meinen Only-Fans abonniert? Der muss hier reingehen. Hauen Sie ab. Was machen Sie da? Entschuldigen Sie, warum blasen Sie sich so auf? Oh, Gott. Scheiße, ich bin tot gleich. 1HP. Hau auf, bitte. Herr Monster-Mann. Scheiße. Warum blasen Sie sich immer so auf, Herr Monster-Mann? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, er kommt hoch. Leute, ich fliehe jetzt vor dem Monster-Mann. Er kommt da gerade die Treppe hoch. Ihr seht's. Ja? Er hat ein Problem mit mir. Hä? Er war ein Jahr nicht mehr beim Urologen. Und das hängt ihm jetzt übel nach. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, Herr Monster-Mann. Entschuldigen Sie bitte, Herr Monster-Mann. Würden Sie uns ein Interview geben? Okay. Herr Monster-Mann, was sagen Sie zu aktuellen politischen Themen? Finden Sie, dass die Politiker ihren Job noch gut machen, Herr Monster-Mann? Warum machen Sie das mit dem Stein? Herr Monster-Mann, das finde ich nicht okay. Ich habe Sie was gefragt. Oh, Gott. Okay. 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 Und das war, wie ich den Monster-Mann zum Urologen. Urologen machte, ja? Er kennt sich jetzt mit allem aus, was untenrum passiert. Bis zum nächsten Mal. Hm? Schön. Das ist schön geworden. Das ist eine tolle Folge geworden. Ich sage es dir, wie es ist. Oh. Ah. Beim nächsten Mal versuche ich es mit Bitcoins. Der Elias, was hatte er gerade? Was hattest du gerade? Ich hatte gerade was im Mund. Oh, der Elias hatte... Ein Eis. Können wir das Video bitte aufs Netzwerk stellen? Er hatte wieder ein Bein von diesem Monster im Mund. Ich sage es, wie es ist. Hm? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die mögen mich. Die geht wieder mit Backrooms. Los geht's. Oh, die haten mich. Die haten mich. Ah. Oh. Der Elias, der Monster-Mann. Wer sind Sie denn? Er soll ein bisschen den Baum haben mit mir. Äh, sagen Sie, haben Sie meinen Onlyfans schon gesehen? Scheiße. Haben Sie meinen Onlyfans? Oh Gott. Wir sind was? Siehst du das? Haben Sie meinen Onlyfans? Was machen Sie da? Entschuldigen Sie, warum blasen Sie sich so auf? Oh Gott. Scheiße, ich bin tot gleich. Ein HP. Hau auf, bitte. Herr Monster-Mann. Warum blasen Sie sich immer so auf, Herr Monster-Mann? Leute, ich fliehe jetzt vor dem Monster-Mann. Er kommt da gerade die Treppe hoch. Ihr seht's. Ja? Er hat ein Problem mit mir. Hä? Er war ein Jahr nicht mehr beim Urologen. Und entschuldigen Sie bitte, Herr Monster-Mann. Würden Sie uns ein Interview geben? Herr Monster-Mann, was sagen Sie zu aktuellen politischen Themen? Finden Sie, dass die Politiker ihren Job noch gut machen, Herr Monster-Mann? Warum machen Sie das mit dem Stein? Herr Monster-Mann, das finde ich nicht okay. Okay, ich hab Sie was gesagt. Herr Monster-Mann, auf Wiedersehen. Und das war, wie ich den Monster-Mann zum Urologen machte, ja? Er kennt sich jetzt mit allem aus, was untenrum passiert. Bis zum nächsten Mal. Also, ich würde es mir nochmal anschauen, ha? Ja. Es war eine schöne Folge. Genau. Ich finde, die musst du bitte dem Mika auf Snapchat schicken, ja? Den Anfang, bitte. Ja. Stimmt. Er wird sich bestimmt freuen. Willst du diesmal filmen? Kannst du dich im Discord mal muten? Achso, ja. Aui. Danke. Hast du mir die ganze Zeit doch getötet? Äh, es war immer... Aber eben gerade war es extrem. Als wir eben gespielt haben in der Runde, war es gar nicht so schlimm. Oh Gott. Wir gehen rein. Okay. So, warte. Ach, du schaffst du. Nee, ich hab keine Ahnung. Achso. Und... Nee, das ist ein bisschen schief. Ich geh wieder runter. Oder, ich will... Oder, ich will... Geh mal hier. Wir brauchen eine tolle Perspektive. Ich stehe hier so hinter. Stell dich mal hier rauf. Okay. Okay. Schau in die Kamera. Oder, dreh dich um, wenn ich sage Go. So richtig langsam. Ja. Oder, wenn's losgeht. Hallo und herzlich willkommen hier in den Backrooms. Hier ist wieder BB Games 16. Und wir werden heute das Mysterium lüften, warum die Monster hier unten mit allem möglichen Bitcoins verdienen wollen. Okay. Bis dann. Ja, bis dann sagen wir am Ende. Sehr gut. Sehr gut. Wir gehen uns gerade in den Keller und suchen Monster. Krass. Ich hab... Da kann ich filmen bestimmt. Ich hab'n Schädel. Was ist das denn? Hier ist noch ein Schädel. Wir haben gerade diese unheiligen Utensilien hier gefunden. Hier ist noch ein Schädel. Ein Brustkorb. Hier. Ein Brustkorb. Oh. Ein Brustkorb. Da ist noch ein Schädel. Noch ein Schädel. Ich bin ein Schädel. Was ist das? Oh ne, nicht er schon wieder Hallo Oh oh Hallo, sie auch wieder, der Urologen, Mann Oh 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 Ich hab's verkackt Scheiße, ich hab's nicht ausgemacht Wo bin ich denn Ich hab nicht ausgemacht Ich hab's nicht ausgemacht Ich hab's nicht ausgemacht Oh mein Gott. 18 Dollar. Die nehmen immer das Doppelte. Ich hab's verkackt, Leute. Scheiße. Wo ist denn der Ideas? Hallo? Ich hab's versaut. Wieso? Ich hab vergessen die Aufnahme zu stoppen und ich glaube jetzt... Du wirst es gleich sehen. Ich hab's durchlaufen lassen aus Versehen. Danke. Hast du mir den ganzen Kopf gehört? Ja, zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier in den Backrooms. Hier ist wieder BB Games 16 und wir werden heute das Mysterium lüften, warum die Monster hier unten mit allen möglichen Bitcoins verdienen wollen. Bis dann. Sehr nett. So. Wir probieren uns gerade in den Keller und suchen Monster. Was ist das denn? Hier ist noch ein Schädel. Wir haben gerade diese Unheil. Ein Brustkorb. Noch ein Schädel. Scheiße, Leute. Ich bin an... Hier bin ich. Oh mein Gott. Hallo, sie auch? Oh. Ups. Die lachen nicht aus. Oh oh. Ich weiß. Da waren zwei Monster und ich hab dann... Ja, jetzt hab ich laufen lassen. Oh nein. Scheiße. Ja. 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 Ähm. Können wir morgen noch einmal? Nein, leider nicht. Alter. Das ist voll schwer. Ja. Was machen wir denn falsch? Wir müssen einfach... Soll ich mal nach Tipps suchen? Wir müssen mehr Monster einfach. Ja, mach mal. Such mal nach Tipps. Ich hole kurz den Kaffee, ja? Der ist jetzt durch. Ja. So. Guck mal nach Tipps. Hier sind 5 Dinge, die wir wünschen Ihnen für die Content Warning. Number 1. Anstrengung. If you have any equipment that can be charged, such as a long, the stun stick, or flashlights, oder andere chargeable items. Geht nach der Charging Station und dann nach dem, und sie wird die Charging-Utten So make sure du das bevor du hier bist um das great content zu machen. Nummer 2. The Camera. If your team doesn't get out alive oder du leave without the camera, you can still get it the next day. Just go back to the same place where you roughly died und it should be there. The only scenario in which this will not work ist wenn das was already your last day in which case everything will get reset. Number 3. The Stun Stick. So with the Stun Stick, also known as an electric rod, you can stun most creatures that you encounter including robots and your teammate. All content warning monsters explain in 60 seconds. The smiler that will come behind you and scream at the team. If your friends are all dying, just make sure you record it and content warning you have to focus on what's really important. The videos. And if you don't bring the camera back, you'll be missing out on all that sweet ad revenue. Need views? This is how you go mainstream in content warning. So. Start by getting your friends in the same place. So. Jetzt ist besser. It seems like the more people in your shot, the better. Now time to find the screens. Watch how our videos skyrockets when my friend Bandrew gets super sucked to the ceiling. Even with me serving drinks and him dangling, was machst du da okay alex ja kein intro wir machen jetzt durchziehen kein intro kein ausdruck nur die monstern wir machen wenn wir uns nehmen dann fühlen wir auch ein zettel muss das wir uns beide sind so mehr leute auf einer kamera so auf die wenn du hier irgendwas hast dass es nach hier muss einfach neben stehen und dann ladet das auf schau mal wenn ich jetzt hier video aufnehmen würde die kamera ladet ihr das wieder auf die kamera sondern mit einer anderen hier mit dem dingen stock das ist somit ein elektroschock okay 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 dann go das wird jetzt heftig wir gehen rein und wenn wir ein wenn einer stirbt netten wir auch immer an nächsten tag wiederkommen okay und die kamera holen weißt du sehr gut hauptsache der content stimmt nein nicht jetzt gute nacht tschüss wenn hast du denn jetzt so angebrüllt ich hab sie nicht angebrüllt wir suchen ein monster wir müssen irgendwie so ein selfie schaffen mit dem monster weißt du das bestimmt einfach wir fragen einfach ob es mal kurz stehen bleiben kann ja genau da zum beispiel ok warte wir drehen uns kurz um das hätte man fühlen müssen scheiße was ist das für ein hässliches ding ja toll das war eine spinne ja ok wir kommen die kamera weiter holen ne ja ja wir holen die morgen wieder aber das war eigentlich guter content ja nur monster und zwei todesopfer nur noch zwei tage jetzt bin ich unter druck spiel wir machen das jetzt kein problem ich mache jetzt ich habe alles im griff occur also die die ich habe Eine Monsterjagd, die ist lustig. Ach, die ist schön. Immer mal was Neues hier. Wuhu. Bombs. Ich muss auf den Elias warten. Wo ist denn der? Da kommt der. Wo sind wir eben gestorben? Oh, da ist jemand Elias. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier ist jemand. Komm her. Da drin ist jemand. Da kommt der. Soll du mich angreifen? Ja, warte. Film das mal. Mach Selfie-Bodus. Nicht filmen, nicht filmen. Hier ist doch kein Monster. Nicht filmen. Er ist ja ein Monster, da ist filmen. Der war doch aber da. Wo ist er hin? Hier drin. Film. Also nicht filmen. Er ist nur, dass du ihn siehst. Naja. Scheiße. Ach der wieder. Oh Gott. Pass auf, ich mach Selfie. Ja, ich mach Selfie. Aber man sieht den nicht. Man sieht den kaum. Okay, dann... Oh, okay. Hier ist die Kamera, Alex. Ja, nimm mit. Ich hau auf dem Du und mach weiter. Aber Selfie-Modus ist schwer. Hallo Kiki! Wir sind am filmen. Da ist der Monster, Mann. Oh Gott. Ah! Er kommt, Elias! Elias, wo bist du denn? Ah! Elias, wo ist denn der? Oh Gott, da ist ja noch einer! Aua! Scheiße! Was hat der mit mir gemacht? Aber der hat mich hier ingetetet. Ich weiß es nicht. Wir leben noch. Alles gut. Da kommt der... Das ist der Urologen, Mann. 74. Der Urologen, Mann. Ja, mach ich. Herr Urologen, Mann. Haben Sie meine Oli-Fans schon abonniert? Oh Gott. Äh. Äh. Herr Urologen, Mann. Wie sieht's bei Ihnen aus mit Ihrer letzten Routinekontrolle? Ich hab gehört, ist schon ein bisschen her. Ist schon länger her. Der Elias ist da hinten. Oh Gott, der Elias ist eingekesselt. Oh Gott! Elias, lenk ihn mal ab. Hallo, ja. Ah, ich lenk dich schon ab. Mach mal. Was machst du denn? So, ich filme. Warum rennst du der weg? Scheiße. Herr Urologen, Mann. Was ist das wieder? Elias, hier ist noch jemand. Hör auf! Nimm mich mit. Da ist noch einer. Oh Gott. Oh Gott. So wie morgen. Morgen geht's ab. Allerdings. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wollen wir noch Content filmen? Wir haben noch voll viel. Wollen wir noch einen Outro filmen? Wir haben hier noch 49%. Okay, der Elias bin ich. Ich mach das so. Okay, wo sitzt die Idee? Ich mach das jetzt einfach so. Hallo, liebe Leute. Ja. Wir haben hier gerade unsere erste Aufnahme geschnitten. und freuen uns. Und freuen uns riesig darauf, diese mit euch zu teilen. Das war ein krasses Abenteuer. Der Urologenmann war endlich wieder da. Und wir haben endlich mal seinen Gartenschlauch kontrolliert. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Wir freuen uns auf euch. Okay. Jibbi. Ich schmeiß die rein. Oh Gott. Da zum Beispiel. Okay, warte. Wir drehen weiter. Das geht richtig viral, Alex. Das geht ultra viral. Ich will das sehen. Das geht ultra viral. Schau jetzt schon. Oh Mannes. What the fuck? Das ist es. Geil. Ein Kass. Was magst du? Fast 1000. Ja egal. Easy. Aber wir werden reich. Wir werden reich. Es ist noch nicht fertig. Er macht es gerade. Gib mir die Diskits raus, du Sau. Hä?